Ich verstehe das nicht. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Die Leute denken hier, was sagt man? Ihr habt studiert, oder nicht? Wenn wir hier sagen, wir müssen trauen, hat man nicht. Ich weiß nicht, was es für uns sehr angesagt ist. Aufgrund dieses Versammlungsverbot ist. Da bin ich gezwungen, diesen Platzverweis ruhig zu sein. Ich hatte vor, es ist, ja. Notfalls das auch unter Zwang. Und das möchte ich nicht. Ich möchte Ihnen nicht, wenn ich Ihnen nicht... Entschuldigen Sie mich. Ich kann dir eine Krülle nicht weggeben. Einfach, mach das nicht. Ich weiß nicht, dass Sie wissen. Wir wissen nicht, dass Sie wissen. Ich kann nicht. Ja, dann finden wir auch so gut, wenn du siegst, weil wir sagen, dass wir beim Christen so etwas losgehen müssen. Ich glaube, wir spazieren. Ich bin ein Schmerz, 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 ich bin ein Schmerz. Ich bin ein Schmerz, ich bin ein Schmerz.